Ich bin Moritz Jahn, ich bin bei EGO FM und ich krieg jetzt gleich Musik vorgespielt, die ich zum ersten Mal höre. Mal gucken, ob ich irgendwas erkenne. Ich geh da eigentlich auf den Schlauch. Geil! Was ist das? Hab ich noch nie gehört. Ist aber cool. Eingängig. Gute getan. Ehrliches Schlagzeug. Oh, kenn ich. Hab ich auch mal live gesehen, glaub ich. Oh, ist gerne vorne. Das sind die Killerfilze. Nein, sind sie nicht. Geht ab. Ist gut. Klingt ein bisschen so, als hätten die Subway einen neuen Filter entdeckt für die Stimme oder sowas. Ist auch cool. Auf jeden Fall zum Skaten oder so. Die Stimme gehört zu... Oh, what? Echt? Nö. Nochmal. Das ist Green Day? Krass. Green Day war mein erstes Konzert. Das ist ganz neuer Green Day-Scheiß oder was? Hab ich die überhaupt nicht erkannt. Vergeil. Ja, ich würde wieder aufs Green Day-Konzert gehen. Geil, die höchste Eisenbahn. Sehr gut. Superschön. Geh ich bald aufs Konzert. Wir haben eigentlich... Bei uns in der Küche läuft immer... Haben wir auch so ein CD-Player. Du hast vorhin erzählt, wie viele CDs du noch hörst. Und da läuft eigentlich entweder Coldplay oder die höchste Eisenbahn haben wir auf CD. Und das eine Album, das läuft zum Kochen eigentlich immer... Zum Kochen immer rauf und runter. Und mein ganzer Freundeskreis ist unheimlich die höchste Eisenbahn verliebt. Die Texte sind super. Sind auch verträumt. diese Stimme mit einer Leichtigkeit irgendwie und so ein bisschen melancholisch, aber auch irgendwie wahnsinnig rund ausproduziert, finde ich. Das ist echt... Wie ist das? 37 Grad? 37. Wow. Super schön zweistimmig und geile Melodie. Die Führung. Cool. Äh, ich hab keine Ahnung. Wer war das? Äh, Braunhaare? Ja, ne? Äh, Skandinavierin? Ne. Brite? Noch nicht? Ne. Na, der Ray. Ja, ich hab' mal von gehört. Voll schön. Den zieh' ich mir gleich noch auf der Heimfahrt rein, wenn ich so wehmütig aus dem Fenster schaue. Ego FM. Radio und Streams. Ego FM. Radio und Streams. Bạch. R Meetings. WeChat.